Ich zeige euch, wie man aus Kartons, die normalerweise in der Tonne landen, geniale Designobjekte gestalten kann. Für dieses Projekt habe ich mir in Fusion eine Designerlampe konstruiert. Aber keine Sorge, ich zeige euch später im Video, welche Möglichkeiten es noch gibt, fertige Modelle herunterzuladen. Um die Modelle in einzelnen Abschnitten, also Kartonschichten berechnen zu lassen, nutze ich das kostenlose Programm Slicer for Fusion. Den Link zu diesem und allen anderen Programmen, die ich vorstelle, findet ihr in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr euer Modell auswählen und laden. Übrigens, auch hier gibt es schon Beispiele. Oder ihr geht beispielsweise auf Zingiverse und ladet euch euer Lieblingsmodell herunter. Bis zum nächsten Mal. Bei Units stellt ihr die Maßeinheit in Millimeter oder Zentimeter um. Bei Hate könnt ihr theoretisch eure Wunschgröße einstellen. Die Tiefe und Breite ändern sich automatisch mit. Aber in meinem Fall bleibe ich bei der Originalgröße. Hier oben könnt ihr eure Papierquelle auswählen, um beispielsweise die Abschnitte auszudrucken und dann auf die Kartons zu übertragen. In diesem Fall ist es so, dass es sich fast ausschließlich um Ringe bzw. Kreise handelt. Sprich, ich muss nichts ausdrucken, sondern schneide die Einzelteile mit Hilfe der Bemaßung aus. Dazu aber später mehr. Ich möchte alle Abschnitte auf einem Blatt bzw. Datei. Deshalb gestalte ich mir hier die Ausgabe in 350 x 350 cm. Wichtig an dieser Stelle ist der Parameter der Materialstärke. Ich hatte für mein Projekt 2 mm eingestellt, obwohl viele Kartons dicker waren. Ich wollte hiermit die Lampe in der Länge dehnen und das Endergebnis etwas dem Zufall überlassen. Aber natürlich, wenn ihr eine exakte Kugel wie mit diesem Modell möchtet, messt euer Material und gebt die richtige Stärke ein. Der Punkt Construction Technique ist sehr interessant. Hier gibt es Optionen wie in Schichten, über Kreuz und andere Konstruktionen. Probiert es einfach selbst mal aus. In unserem Fall benutzen wir Schichten. Bei Slice Direction könnt ihr die Richtung der Schichten einstellen. Hier passt es aber soweit, also wieder zurück. In Assembly Steps seht ihr, wie das Modell letztendlich aussehen wird. Und könnt durch die einzelnen Schichten navigieren. Get Planned ist unsere Ausgabe. Falls ihr es ausdrucken möchtet, wählt PDF. Wir möchten es nur digital, um die Abmessung zu erhalten. Wählt das Format DXF und exportiert euer Modell. Leider spuckt der Slicer keine Abmessungen aus. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden. Hierfür nutze ich CutReader. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Auch hier gibt es leider keine automatische Bemaßung. Und deswegen ist hier etwa Fleißarbeit gefragt. Über das Lineartool lassen sich die Abmessungen schnell einzeichnen. Ist alles bemaßt, kann die Arbeit losgehen. Für die Zuschnitte habe ich mir einen Kreisschneider gebaut. Das Videotutorial findet ihr in der Videobeschreibung. Also, ich 만약, da höre Linkedin auf die Kommentare. Ich kann mir natürlich mal Euh-Den-Çmosphäre überprüfen. Also, es gibt ja auch die Abmessungen. Trommage die segurança業. Aber es sind sehr, was wirragon để die Und bei uns schon mal- Drops an. Und um genau der Lundwerse für eine Auge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020